Ein WT beim Rik Mertens ist der Regierung hier ein Kommissär der Sécurität Alimentär. Pannen, die alle guten, nicht mehr sollen konsumiert werden, wenn sie Ethylenoxid enthalten. Wie gefällt das das Stoff? Ethylenoxid als chemische Substanz, die als Pflanzenschutzmittel kann angezeigt werden in Europa, als das verboden. Wir haben eben ganz streng regeln, was das auch geht. Die Substanz, die als konservorgen und auch genotoxisch ist. Es ist aber so, dass eine Länder, Dritte Länder, also außerhalb der Europäische Union, solche Substanzen eventuell noch ansetzen. Dann hat es eben auch rausgekommen durch die offizielle Kontrollen, die verschiedene Autoritäten gemacht haben, dass verschiedene Materieprämieren können mit dem Stoff, die kontaminiert sind. Lohreizend ist das eben Johannisbrot-Kernmehl, dass ein Stoff, den angesagt wird als additiv Zusatzmittel, andere Lebensmittel, funktioniert als stabilisant, gelifiant. Das passiert dann, wenn man den Ethylenoxid konsumiert. Das ist so, dass eine Substanz, die krebserregt ist, das ist nicht, wenn man die Ankerne konsumiert. Das direkt etwas geschieht. Das ist eben ein Stoff, den krebserregt ist. Und dafür muss an der Lebensmittel die Stoffe so niedrig wie mäßig gehälde gehen, um einfach beim Konsument die Exposition so klein wie mäßig zu haben. Lohreizend, wenn man da nur richten Dachs drauf hin und Produkte, die nämlich solle konsumieren, weil sie gefährlich sind, wenn man das löscht, die da Lohgöschter verschickt wird, aber gibt es für einen Vierlesen. Da wäre also ein Interview her, Riva Mängnisch, die hat vier andere Seiten. Wie finden Sie überhaupt daraus, wenn ein Produkte, die Loh betroffen sind? Ja, wir kommunizieren dort über verschiedene Mäuern. In den ersten Mäuern, das ist der Sitz von der Sekretär Alimentär hier zu Lötze, wo es auf der ersten Seite in Allgöten die Rappellen publiziert. Wir haben auch seit einer Zeit schon ein Newsletter angerichtet, wo alle Konsumenten, alle interessierte Personen sich anschreiben können, für dann zwei Monate nach, wann die Rappellen sind, die Informationen dort zu kriegen. Und das ist auch so, dass man die Sache mittlerweile auch im Facebook-Account vom Konsumentenschutzministerium posten, sobald wie etwas kommt. Mitleid muss man schon selber demarschmen. Das hat ja so ein ganzes Anmerkmal, wie man ein einzelnes Produkt zitiert. Das geht daher dann oft um Radio an den Notrichten. Hier müssen die Leute schon selber nur gucken, was sie lohnt, wenn sie nicht konsumieren. Das ist richtig. Wir haben in der Vergangenheit, das ist ein Assident, das ist schon eine Zeit lang am Gange. Und als Pummel darauf hingewiesen, das wäre mittlerweile so groß, dass wir nicht mehr systematisch alles über kommunikierte Presse machen können. Aber das haben wir in der Vergangenheit in Pummel gesucht. Wenn Sie die letzte Lösche von Gäste aufgucken, dann fällt, ob das für alle Gläser betroffen sind, oder auch Kreisermarken wie Snickers, Smarties oder Twix. Wie wird sie für alle Gläser betroffen am Moment? Wir haben von der Substanz geschwäht, die als Additiv alimentär angesetzt wird, den E410. Und den Additiv, der gibt es auch an Gläser angesetzt, um die Textur der Gläser zu erhalten. Es fallen aber immer näher neue Produkte, die betroffen sind, wenn die Gläser noch schon Gebäß, Bag- oder Fleischprodukte betroffen sind. Wie hat sich das so viele verschiedene Produkte betroffen? Ob sie von einem Stoff, den am Anfang an der EU verbunden ist? Ja, wie gesagt, darum zurückzufeiern, dass Produkte aus Drittländer angefordert werden, um dann auch Lebensmittel herzustellen. Und an denen Produkte aus den Ethylenoxid angesetzt werden, als Biozid für zum Beispiel mikrobiologische Kontaminationen am Griff zu behalten. Weil es so ist, dass das große Quantitäten sind, die angefordert werden, die dann verschafft werden. Und dann auch ganz viele Produkte können auch abtauchen, weil sie da eben auch dran verschafft werden. Für die Textgewandt, für und dem Stoffgauf so am Herst, die letzten Jahr, für was sind trotzdem noch einmal der Produkte in einem Lauf? Am Herst, die letzten Jahr, als Lastgänge, mit einem ganz anderen Produkten, das wäre Sesamkären, die kontaminiert werden, demnach werden dann Hauptsache Speckprodukte, oder Produkte, die eben Sesam dran verschafft werden, für konzerniert. Daraufhin sind eine ganze Reihe Kontrollen auf Platz gesetzt, sowohl von den Autoritäten als all den Monberstaaten, wie auch vom Sektor selber, also von den Lebensmittelbetriebern. Und dabei erst eben herauskommen, dass nicht auf den Sesamkären nach einer Produkte auch den Ethylenoxid enthalten. Und da erklärt die Beläu, dass neue Produkte auf die Lösch dabeikommen, die zurück aufgehen. Dabei muss ich aber auch sagen, dass die EU-Städte am Anfang ein bisschen unterschiedlich mit der Situation umgegangen sind. Die nach Frankreich kaufen zum Beispiel Altprodukte zurück, zu einem auch, was so ganz klein trassen von dem Ethylenoxid enthalten. Nun, Deutschland war doch mannachstreng. Hättet du nicht mehr eine koordinierte Approche gebracht? Das ist richtig, wie die Lastgänge, das wäre die Situation so, dass aber ganz sicher von der Europäischen Kommission eine Reihe, eine Serie von Regionen abgerufen für Monberstätten, um eine Linze zu bringen. Das hat also aufgeschlossen am Juli-Law von diesem Jahr, und seitdem applizieren allgemein bei Städten dieselbe Schlin. Das war ganz sehr gang, weil Sie am Juni aufgeschlossen haben, das war ja auch vom letzten Hecht, dass schon ein paar Meint, wunach der Produkte konnten konsumiert gehen auf viele Länder. Ja, du musst in der Nähe und effektiv für den Sesam-Kären incident, das war schon am Oktober 2020, eine Réunion der Konzertation, wo für den dote spezifischen Problem auch eine Linie der Konduit der Kommune gemacht haben. Und wie das Lastgang mit dem E410 tun wir als Römer-Kären-Reunion abgerufen, um dann über den spezifischen Problem zu schätzen. Wie haben die Situation dann hier am Land gehandhabt? Werden Produkte sind heute zurückgezogen? Echt, wie in Frankreich? All die, die auch Klangtrassen enthalten haben? Oder werden heute teilweise noch Produkte aus Deutschland am Umlauf, die vielleicht nicht so streng kontrollieren? Also, wir haben die Linie der Konduit, die wir mit der Kommission zurückbehalten haben. Ich muss sagen, dass Lützebüch einen ganz offenen Markt hat, dass wir nicht viele Rapelle, die wir selber initiieren müssen. Wir haben dann einfach die Rapellen, die aus den anderen Mombachstädten kommen, abgelehnt. Aus Deutschland werden nicht so viele Produkte, die hierher gekommen sind, weil zu Lützebüch noch immer die Distription über den Benelux Hauptsatz schläft. Wie haben wir auch Kontrollen im Land gemacht? Ja, sobald wir das Problem bekannt waren, am Anfang vom letzten Jahr haben wir Kontrollen organisiert an der ersten Phase, weil es ein Produkte der origine non-animal war, plantische Produkte, also die Division von der Sekretär-Limantär, die die Kontrollen gemacht hat. Mittlerweile sind auch gelassen Produkte konzerniert, wo die Produkte in der Natur aus der Veterinärverwaltung zu Lützebüch zuständig. Und auch da, also Lützezummen, ein Programm der Kontroll abgestaltet für die Sachen zu kontrollieren. Und du guckst noch in deinem Land selber, dann der Produkte für den Ethylenoxyd zu arbeiten. Das ist richtig. Wir hatten 2020 eine Ausgabe in Kontrolle gemacht, und während der nicht-konform, erst während der Konform ausgleichen. 2020 sind nach ein paar 20 Kontrollen gemerkt. Die werden alle gutte Konform. Das weiß doch, dass der Sektor sich adaptiert hat. Dann auch von der Furnisseuren mittlerweile garantiere Frieden, für das eben die Substanz nämlich soll an den Materprämieren dragen. Auch da sind nach ein paar Kontrollen viergesinn für weiter zu kontrollieren. Dass ein Ethylenoxid-Tax an den EU-Ländern benutzt wird für Produkte, die dann an die EU importiert, gibt es am ersten Letztenjahr groß abgefallen für die Stücke. Er hat zu dem Moment gehofft nicht systematisch kontrolliert auf Ethylenoxid-Produien. Drittens, hat das nicht für Droschermisse gemerkt, was die Produkte haben verbunden ist? Ja, wir haben da eine gewisse historik, schon durch eine incident, die wir hatten für zwei Jahre, war der Fipronil-Skanal zum Beispiel. Man muss sagen, dass mittlerweile auch verbunden sind. Der Fipronil-Skanal hat uns gelehrt, dass Produkte nicht autorisiert sind, die an der EU eben nicht autorisiert sind. Daraufhin sind aber alle guten Autoritäten hingegangen, an ein Programm der Kontrolle abgestaltet, wie oft nur solche Substanzen zu sichern. Hier ist es ja auch durch die Kontrolle von den Autoritäten herausgekommen, dass die Produkte kontaminiert sind. Loginend natürlich ganz viel verschieden der Stoffe und auch ganz andere wie den Ethylenoxid, die nicht erlebt sind an der EU. Wie kann man dann so sicher sein, dass nicht an Primäin den anderen Stoffen abtaucht, den auch ganz viele Produkte außerhalb der EU verwendet und dann an die EU importiert hat? Ja, das ist ein kontinuierer Prozessanfang geholt. Also, Autoritäten, alle guten, adaptieren permanent die Kontrollen auf das, was eben in der Marche geschieht. Und auf der Erde weiß, kommen immer neue Substanzen zu Tage. Und die werden dann auch kontrolliert. Man muss aber auch sagen, dass die Europäische Kommission als solch Kontrollen an Drittländer kann machen. Das heißt, wenn du Probleme abtauchen, dann kann eine Delegation von der Europäische Kommission Kontrollen machen an Drittland. Und dann Autoritäten da eben abfordern, für Kontrollen anzufeiern. Wenn das nicht geschieht, dann kann es auch zu Importembargo kommen aus einem spezifischen Land. Wenn auch da ein Gelöscht von Produkten, die ein Risiko sind, das geht jetzt schon seit Jahren. Und da sind eine ganze Reihe Länder drauf, wo dann Produkten auch drauf sind. Wenn die Giffen präsentiert gehen für den Import an die Europäische Union, dann müssen Zertifika verleihen, das Analyse gemacht kaufen, respektiv müssen Autoritäten haben. Ich habe es jetzt auch eine Frage für den europäischen Markt auch nach einer Analyse machen. Müsst das nicht ganz einfach aber Systemat, ob man Stöchproven gemerkt hat, ob alle guten Produkte, die in der EU nicht erlebt, sind wann etwas importiert in der EU. Also Stöchproven gehen aber, wie gesagt, bei dem Methylenoxid, Schwarzbau von ein Pflanzenschutzmittel, da gehen an den normale Kontrollen schon ein paar hundert Parametern aufgedeckt an steckende Systeme, die man lohnt. Den Assaver-Performant weiß ja auch, dass immer man kann dann Sachen optauchen, die nicht erlebt werden. Es gibt bei der chemischen Substanz eine Panoplie von Stoffen und effektiv können auch dabei sein, die dann eschappieren. Aber wie gesagt, sobald die Autoritäten wissen, dass die Kontrollmechanismen adaptiert werden und es gibt auch das im Gesicht. Es gibt die Kontrollen nicht systematisch, aber es kann so viele der Stoffen nicht möglich sein, für alle Stoffe zu machen, bei allen Produkten. Das ist immens abwendig. Wir holen den Luschons gerade bei den doden Typen von Substanzen hunderten von Parametern, die kontrolliert gehen. Da geht natürlich die Entwicklung immer weiter und das ist schwierig für die immer abzudreht zu sein. Das ist Patrick Hauden, Kommissar der Sekretär Alimentär von der Regierung. Er war ein Einviter vom Dach. Ich danke für das Gespräch. Danke, Herr Mertens.